Wenn wir die Nachbarnen sagen, dann sagen wir die Nachbarnen, dann sagen wir die Nachbarnen und die Nachbarnen, die von den Nachbarnen geschrieben wurden, die von den Nachbarnen geschrieben wurden, die von den Nachbarnen geschrieben wurden. Beidah ibn Azib überliefert, dass der heilige Prophet ﷺ uns verbotet, Nachbarnen zu tragen, die aus Gold gemacht sind. Nachbarnen heißt im arabischen Stempel, Siegel, Ring. Die Ringe wurden damals auch als Stempel benutzt. Ich bin Khatam al-Nabin, so wie Ali Khatam al-Auliyah ist. Khatam al-Dum sagt dazu, der Ausdruck sei so zu verstehen, dass Khatam Ali der perfekte Heilige war, nicht der letzte. Der Gelehrte ibn Khatam sagt weiter, es ist nicht richtig, den Ausdruck Khatam im Sinn von Letzter oder Ende zu verstehen. Der Ausdruck Khatam sei als die höchste Stufe der Vervollkommnung einer Sache zu verstehen. Die zutreffende Bedeutung von Khatam ist Authentizität, Perfektion und Glück. The greatest scholar, of the greatest scholars of the past, known as the Khatam al-Hufaud, or the seal of the hadith masters, is Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Of course, the greatest scholar, or I should say of the greatest scholars of the past, known as the Khatam al-Hufaud, or the seal of the hadith masters, is Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. The Bedeutung von Khatam, which is a good idea, is Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Es war ein Anliegen, ein Anliegen, ein Anliegen. Hier auf der vertrauensvolle Ahle-Sunnah-Seite lesen wir, dass Hazret Imam Suyuti das Siegel der Hadith-Gelehrten gewesen ist. War er jetzt deswegen der letzte Hadith-Gelehrte auf dieser Erde? Und hier heißt es gemäß Nicht-Ahmadiya, dass Hafiz ibn Hajar As-Galani der Siegel gewesen ist, weil niemand seinen hohen Rang erreichte. Deshalb ist es das Dhnia, wenn sie mal in der N Sahne. Jäni, Allah ist de Nabi, sie sind. Wir sind die Nabi und die Nabi nahe. Nein, überhaupt nicht. Er hat keine Nabi und die Nabi und die Sch HK Satan nicht. Und wir sind die Nabi der Nabi, die Nabi, die Nabi, die Tabiak werden. Wir haben eine Nabi. Wir haben ein Dolphä. Wir haben eine Nabi. Wir haben eine Nabi, die Nabi zu übernehmen. habe hier bei diesen Preis nicht. Isa, because some people might raise this question. Prophet Muhammad is the last prophet. And now you are telling us Christ will come again. So Christ is the last prophet. That is not true. Because who told us Christ is coming is Prophet Muhammad. He is the one who told us he's going to come back. He's not going to come with a new law that will abrogate the law of Islam. He will follow what the Prophet taught us. He will follow the religion of Islam. And he will rule a quote with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. He will rule with the Quran and the Sunnah. Isa alayhi s-salam آئیں گے. То وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے. یا ایک امام کی حیثیت سے. اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مولانا صاحب سے. مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے. اچھا آپ نے فرمائی دی. اچھا سوال کیا ہے انہوں نے. بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. نبی ہیں. اور نبی ہی رہیں گے. جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں. لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق. آپ کی شریعت کے مطابق. اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے. کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں. اس طرح سے محمدان کی مطابق. لكنهم حیاتنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق. اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق with themat کسید. بلکہ نبوت کے مطابق، ٹیڈ، جانس طریقے پت기도 ہے. کہہançہ شریعت کے مطابق toward şر بتآه epicی را��یه و matin قادر وقتها حیاتیا. O Isa, that is Jesus, I will cause you to die. I will cause you to die. I will cause you to die and raise you to myself and clear you from those who reject. So this is very important. This is the sequence. Number one is, first is, when Allah said, O Isa, that is Jesus, I will cause you to die, is the first statement. This is very important to you. You must know what I am saying. I will cause you to die and raise you to myself. That means raising, in Arabic, Rafa means raising, not physical also, it means honor. First is, cause you to die and then is raised to myself. This is on me that I die. So these two things you must know. The second was, Rafa, raise you in degrees. His words are used to use. They are used to use to the express. They are used to use the express. 거or on the ground, he has said, the Bible has said, Innoi mutwafiqa, Varaafio kaya liya. I can say I will give you a good, then I will give you a good, then I will give you the fire. This is the reason the water we have used to use, when the Bible has used to use, it means that a family has been used to take. It means that it is a normal and 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 normal. und er ist, dass er kein Mann das so ist. Dann ist das auch ein Verhältnis, dass wenn er das, was er erinnert, dass er, dass er auch eine Verhältnisse hat, dass er auch keine Seraher im Koran in der Welt ist. Ihr könnt es nicht. Das ist doch ein Verhältnis, dass kein Seraher im Koran ist. Das ist nicht möglich, dass er nicht so ist, dass er eine Seraher im Koran ist. Das sagt, dass er das Wort auf mich ist. Das sagt, dass er mir auf mich ist, Und sie kennen auch die Hadithe, dass der kommende Isa, der Imam Mahdi sein wird, der geboren werden wird. Wie jeder vergangene Gesandte auch. So in this Hadith, the Prophet sallallahu alaihi wa sallam is describing Isa as being a Mahdi. La al-Mahdi illa Isa bin Mariam. Wichtig ist, dass das Hadith sagt, der Mahdi ist niemand anderes als Isa bin Mariam. Mal Mahdi illa Isa bin Mariam, das heißt der Mahdi ist der gleiche Isa von Mariam. Das heißt Mal Mahdi illa Isa bin Mariam, das heißt Mahdi ist lediglich Jesus. Er wird rauskommen. Was heißt rauskommen? Kommt er von der Erde raus? Oder kommt er von dem Himmel runter? Oder kommt er von einem Berg? Nein. Ganz normaler Mensch. Er ist auch in Gebärmutter neun Monate geblieben. Vermäßt einem authentischen Hadith sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah Moses a.s. über den erwählten Ahmad, also den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, benachrichtigte. Weiter heißt es, Moses fragte, wie ist die Umma von diesem erwählten Ahmed? Gott sagte, diese Umma lobpreist Gott sehr oft und sehr viel. Sowohl bei ihrem Aufstieg als auch bei ihrem Abstieg lobpreisen sie Gott. Sie werden sich aufraffen und ihre Körperteile reinigen. Am Tage werden sie fasten und die Nächte werden sie in Lobpreisung und Anbetung Gottes verbringen. Ich werde jede Tat von ihnen annehmen und mag sie auch noch so klein sein. Und ob ihrer Bezeugung la ilaha illallah werde ich sie ins Paradies einführen. Moses bat Gott, mache mich so einen Propheten dieser Umma. Gott sagte darauf, ihr Prophet wird aus dieser Umma selbst sein. Darauf lehnte Moses zu Gott, mache mich so einem der Gefolgsleuten dieser Umma. Gott sagte, deine Zeit liegt vor ihrer Zeit, aber bald werde ich dich mit ihnen in Bertul Jalil vereinen. Hazret Imam Suyuti, der von Nicht-Ahmadiya Sunniten sogar als Siegel und Meister der Hadithgelehrten gilt, schreibt selbst in seinem Buch, dass das Hadith von Hazret Aisha r.a. absolut authentisch ist und den Begriff Khatum und Nabi erklärt. Hazret Aisha r.a. sagte, sagt, dass er Prophet s.a.w. Khatum und Nabi ist, aber sagt nicht, dass es keinen Propheten nach ihm gibt. Wenn der Siegel des Hadithgelehrten der Sunniten selbst dieses Hadith als wahr bezeugt, dann sollten es auch diejenigen, die ihn als Meister der Hadithgelehrten anerkennen. Der berühmte Hadithgelehrte Imam Muhammad Tahit schreibt, das Hadith von Hazret Aisha r.a. erläutern, dass mit La-Nabi-Abadi gemeint ist, es wird keinen Propheten geben, der sein Gesetz abschaffen wird. Sheikhul Imam Ibn Kadiba sagte, das Hadith von Hazret Aisha r.a. kommentierend, Diese Aussage von Hazret Aisha r.a. ist nicht gegen den heiligen Propheten s.a.w. Denn La-Nabi-Abadi bedeutet, dass kein... Der berühmte schietische Gelehrte Alamakummi schreibt, Prophetentum bleibt unter den Menschen bis zum Tage des jüngsten Gerichts bestehen. Ich wiederhole. Prophetentum bleibt unter den Menschen bis zum Tage des jüngsten Gerichts bestehen, auch wenn gesetzbringendes Prophetentum als aufgehoben gilt. Gesetzbringendes Prophetentum, also Prophetentum mit Sharia, ist nur eine bestimmte Art vom Prophetentum, welches beendet ist. Der sechste Imam der Schieten, Hazret Abu Jafr Siddiq, schreibt über die Analyse des Verses, wir gaben den Kindern Adams das Buch, das Allah die Kinder Adams mit Gesandten, Propheten und Imamen segnete. Bedauerlich ist, dass die Menschen die Segnungen an Abrahams Nachkommen anerkennen, jedoch dieselben Segnungen jetzt bei den Nachkommen Muhammeds als unmöglich und abgeschafft ansehen. Allah Muhammed Gassim aus Nanauta stellt fest, der Lai sagt, dass der Gesandte Allah s.a.w. der Khaddam ist, angeblich nach allen früheren Propheten erschienen ist, aber die Menschen mit Verstand und Weisheit wissen sehr gut, dass es zeitlich keine Rolle spielt, der Erste oder der Letzte zu sein. Wir könnten deshalb die folgenden Worte des Heiligen Korans, sondern der Gesandte Allahs und der Siegel der Propheten, ihn damit verherrlichen. Aber ich weiß sehr gut, dass niemand unter den Muslimen bereit sein würde, mit dem gewöhnlichen Menschen übereinzustimmen. Wenn wir diese Ansicht annehmen, so wird sie nicht im Widerspruch zu seiner Endgültigkeit stehen, auch dann nicht, wenn jemand in Zukunft den hohen Rang des Prophetentums erreichte. Hazret Mollana Rumi sagt, er war das Siegel der Propheten, weil nie jemand in solchem Maße Segnung austeilen konnte wie er. Noch wird das einer jemals können. Wenn der Meister einer Kunst sein Feld beherrscht, sagst du nicht zu ihm als Kompliment. Diese Kunst ist mit dir vollendet. Hazret Abu Abdullah Muhammad bin Ali Hussein Al-Hakim von Femizi sagt, wie kann sich der Glanz und die Vorzüglichkeit des Heiligen Propheten, sallallahu aleyhi wa sallam, offenbaren, wenn wir behaupten, er sei zeitlich der letzte Prophet, der in dieser Welt erschienen ist. Das ist zweifellos die Auslegung der Toren und Unwissenden.